Hey Leute, willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja 4 Shippuden. Ähm, schon länger her, dass ich gespielt habe, aber ich glaube, wir mussten zu Tsunade. Bin mir aber jetzt nicht sicher, aber machen wir jetzt einfach mal. Okay, ah! Ja, das Bingo Buch, oh man, das heißt, das sind also, sagen wir mal, Banditen, die genauso so aussehen wie wir und wir müssen jeden Charakter besingen, sagen wir mal, der im Spiel gibt's. Also ich weiß jetzt nicht, wieviel Charakter hier gibt's, aber können wir uns eigentlich mal ansehen, Bingo Buch. Ähm, wieviel gibt's? 48, okay, das geht ja noch. Ähm, sprech mir mal Sakura an. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Keingesicht-Dings-Bandit, ich nenne die jetzt Banditen, und der hat sich in Sakura, ähm, verkleidet und nachdem wir Sakura besiegt haben, ähm, haben wir einen schon mal besiegt. Ich hab's wohl noch drauf, ne? ich hab's wohl noch nicht gesehen. Ha? Okay, okay. Hast du... Ich hab das nicht? Ich hab dich. Ich hab dich. Du hast nicht. Du hast nicht. Du hast nicht. Du hast nicht. Ich hab dich nicht. Ich wollte sie aber nicht unterschätzen und immer wenn ich jemanden unterschätze, dann kriegt man einen Teile. Ähm, ich weiß doch nicht, ob ich das jetzt mitmachen soll, ein Bingo-Buch könnte ich eigentlich machen, aber dann würde ich das eher nach der Story machen. So, ähm, ja, ich glaube ich mach das eher nach der Story, dann kann ich das Bingo-Buch vervollständigen und vielleicht sogar die Frösche? Ja, zum Beispiel das ist wieder ein Kein-Gesicht-Gangster, das machen wir alles nach der Story würde ich sagen, das ist viel, dann geht es auch viel schneller anstatt hier, wenn ich das in der Story mache, dann dauert das, ja, wo sollte ich nochmal hin? Ach ja, da, nur Hokage schnell weg, sollte ich ja mich mit Kakashi treffen. Machen wir jetzt erstmal neben-Mission oder kriegen wir jetzt auch eine Haupt-Mission? Haupt-Mission, keine Ahnung. Ja, da, nur teacher, ja. Das war's für heute. Ich bin bereit, ich brauche nichts. Ah ne, das ist der. Ja, okay. Ach shit, da war was. Toll. Kann ich jetzt nicht einsammeln. Oh, ich werde jetzt mit dem Haus. Okay. NARUTO, keine Ahnung. Du hast sicher, wenn du dich so stark hast. Wenn du dich ruhig wirst, dann kannst du dich in der Karte finden. Ich weiß, dass du sie schon. Toll, du hast du das, was du sehr wichtig. Okay. Tja, dann machen wir uns auf den Weg zu Zunagakure, ne? Ich muss ihn aber sehen. Ach ja, das genau. Und da ist noch ein Frosch. Also wenn man die hier schon sieht, können wir die auch einsammeln. Tja, also ich werde die Wege nicht rausschneiden, weil ich glaube, das gehört zum Let's Play. Ja, es wird öfters passieren, dass wir gegen Badinen kämpfen müssen. Ich habe gerade keine Zeit, aber auch nicht. Ich muss Garad retten von Ankatsuki. Dagegen seid ihr gar nichts. Ich habe gerade gekauft. So, wieder da. So, wieder da. So, wieder, bis dahin. Tja, sondern. Sohra! Sohra! Ja, damit ist der Kampf auch beendet. Warte, hier ist wieder was. Ach, den spreche ich jetzt aber nicht an. So, geht's schneller. Wir sind gleich da. Aber ich hole mir erstmal hier das Erinnerungsfragment. Warte, jetzt muss ich mir mal kurz an die Karte nochmal ansehen. Karte. Also wenn ich... okay. Nein, nein, nein. Ich muss hier hin. Also... Muss ich hier lang? Oh, hier sind viele Erinnerungsfragmente. Das ist schön, schön, schön. Hier irgendwo. Hier? Also jedenfalls zeigt er es mir. Ach, ich dachte ich kann da rauf. Da ich hier so nur noch zwei Minuten habe, gehe ich hier nur die Erinnerungsfragmente einsammeln. So, ich würde sagen, ich beende hier den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao! Ciao!